dann machen wir uns die mal fertig chest piece habe ich nicht genug für da aber die kann ich mir zumindest schon machen iron bar die kann ich mir natürlich dann auch machen die müssten fertig sein hier ja sehr schön ja genau scavengers grieves die nehmen wir dann auch mal und die natürlich auch gleich an 0 3 1 zu 0 1 ok das ist die katze schon wieder scheiße so wenn wir noch wieder ein bisschen kohle die nehmen wir gleich mit immer hier mal das nächste eisen raus und nehmen das platinerz nehmen wir auch mal zum schmelzen hier und was habe ich jetzt hier noch silber kann auch noch eben mal gemacht werden dann haben wir das eigentlich erstmal soweit das kann erstmal alles weg diamanten jetzt schmeißen wir auf jeden fall auch noch mit rein cool cupboard schmeißen wir haben wir das ich weiß nicht ob einer von euch vielleicht noch comics sammelt oder sowas aber ich suche gerade verzweifelt ein programm um comic listen damit zu verwalten oder auch manga listen damit zu verwalten wenn sowas einer kennt sagt mal bitte bescheid am besten noch als app auf dem handy oder so das wäre natürlich noch viel besser aber auf dem pc wird mir das dann auch schon viel bringen ich habe es bisher mit einer excel liste versucht aber das ist nicht so ganz so das was ich mir vorgestellt hatte desert forest forest wir können ja mal das stern system wechseln was haben wir denn hier so can't land das ist aber schade arid geben wir da mal hin mal sehen was wir da so finden so ich brauche jetzt eigentlich erstmal ich doch hier irgendwo ein sekunde ist das ding da seitdem habe ich gesucht kann ich den hier irgendwo hinstellen noch durch platz ich habe jetzt natürlich keinen platz mehr ich brauche ein bett ja gut dann müssen wir einmal zusehen dass ich mir irgendwie mal ein bett baue irgendwo zwischendurch oder gehen gleich runter auf dem planeten und schlafen erstmal eine runde damit wir uns wieder aufladen das ist natürlich auch mal eine maßnahme dafür müssen wir nur erstmal ankommen der platz hier im raumschiff ist dann doch sehr begrenzt nur da sich noch ein bisschen ausbauen könnte das wäre natürlich auch dann sehr schön so auto planet geht noch nicht na komm oh auto planet ah hier gleich gleich haben wir kupfer aber erstmal wollen wir ja so schwerkraft ist was anderes ach ich habe hunger warum habe ich jetzt hunger raw alien meat dann wollen wir doch mal gucken dass wir uns erstmal was zu essen machen jetzt hier so und dann wollen wir uns hier gleich mal was fertig machen ja ist ja gut kann es aufhören so den können wir gleich wieder mitnehmen hier und jetzt schlafen wir erstmal eine runde Sekunde wir schlafen eine runde Sekunde das ist doch so herrlich setzen wir den mal hier hin und dann erstmal die HP so ein bisschen wieder auffüllen das ist immer wieder gern gesehen müssen hier nochmal vielleicht die aktuellen HP angezeigt werden hier das wäre vielleicht auch nicht so schlecht ja ja dann kommen wir uns ja wieder die Planeten hier erstmal angucken das kupfer nehmen wir gleich noch mit und an zwei Bäume müssen wir noch fällen ich brauche wieder ich brauche unbedingt wieder Holz hier Verteidigung von 8 habe ich mittlerweile naja da hatte ich auch schon mal mehr aber was willst du tun so nehmen wir den wieder mit fällt den Baum gleich und gerne links das Kupfer noch holen was er rumeiert strange sheets ah das war kein Kupfer das war Eisen ok dann war das Eisen weil habe ich mich vertan da ist noch mehr Eisen die da oben sehen recht friedlich aus sind sie es auch sehr schön nein sind sie nicht friedlich ist was anderes Freunde die sahen so niedlich aus wenn sowas dann spucken die hier mit mit Mumpeln durch die Gegend ja hast du dir so gedacht ne nicht mit mir so den haben wir auch da sind noch mehr von denen die hat eine Axt am Schwanz das ist ja bleib mir vom Leib ich habe ein Schwert und ich weiß es einzusetzen glaube ich dann nehmen wir hier noch fix die Kohle mit die da rumeiert der darf jetzt nur keine Entfernungswaffe haben dann habe ich hier jetzt gleich richtig verloren schlafen wir die Sache kurz aus zum Glück habe ich das portable Bett hier jetzt gerade noch mit komm mir nicht zu nah bleib wo du bist Junge ich fühl mich hier so unsicher ne komm einmal noch und da haben wir ihn na hier komme ich jetzt nicht hoch schade äh gut dann können wir uns jetzt eigentlich hier erstmal nochmal kurz hinlegen können wir nicht weil hier ist kein Platz naja ich will hier da unten ist doch so ein altes Drecksvieh da will ich gar nicht hin habe ich irgendwo Platz hier habe ich Platz so oh jetzt kann man hier nur die Beine sehen ist ja auch schick so wollen wir mal einmal gucken was wir im Inventar jetzt noch hier so haben wir haben ein bisschen Leder haben wir ein bisschen Eisen haben wir noch da haben wir wieder Saplings Dirt Block habe ich irgendwas was farblich hier vielleicht passt Sandstone Block Gravel Gravel habe ich reichlich gerade Dry Sand Sandstone Unrefined Sand 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 Dry Sand dann nennen wir den Dirt Block den normalen Arbeiten und da dann wird gleich mal ein bisschen durch durch die Gegend hier so jetzt haben wir hier genug HP denke ich mal können wir wieder loslegen so da unten sehe ich schon wieder Silber das nehmen wir gleich mit na komm gib her den Mist brauche unbedingt eine bessere Hacke das ist die Kupferachse äh die Kupferhacke ist das hier den könnte ich eigentlich gleich mal auf auf Eisen aufwerten dann kommen wir dann auch schon wesentlich schneller durch die Gegend hier na komm gib her das Ding Eieieieiei Silver Ore ist das auch noch Silber hier oder sieht das nur aus wie Silber ja da war auch noch was drin gut dann nehmen wir das hier noch mit das ist auf jeden Fall noch Silber zumindest zwei Stück da war ein Koppelstohn da muss ich hier nur wieder aus dieser Höhle rauskommen hoch wäre denn da was hingebaut das ist ja praktisch hier da kann man ja gleich hochspringen so ähm eigentlich möchte ich gleich erstmal wieder zurück ins Raumschiff und da jetzt erstmal eine Eisenspitzhacke jetzt zu bauen ich brauche ne Tools 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 brauche ich äh was brauche ich denn hier Silver Platin was die Kupferachse Gold Platin ja Gold brauche ich dafür für die Gold Pickaxe brauche ich die Silber Pickaxe für die Silber Pickaxe brauche ich die Kupfer Pickaxe also nehmen wir uns mal ein bisschen ja ich habe nicht genug Pixel sehe ich gerade nein müssen wir jetzt noch Pixel sammeln verdammt na gut dann walken wir mal wieder zum Planeten runter und dann gehen wir mal gucken jetzt wird das schon wieder Nacht hier das ist ja erschreckend ne ich gehe glaube ich die andere Richtung hier drüben war ich ja schon jetzt gehen wir mal hier lang aber echte Schwerkraft ist was anderes hier den habe ich den habe ich auch hier ist noch wieder ein bisschen Kupfer da können wir vielleicht nachher doch nochmal ne Bruststück draus machen meine Güte dauert das hier wieso gibt es eigentlich keine Eisenspitzeacker das wundert mich gerade echt oh hier drüben ist noch Eisen da nehme ich auch was mal raus oh ja das ist ein bisschen mehr das nenne ich mal ne Ader und den noch ja damit jetzt muss ich nur wieder rausgehüpft bekommen äh rausgehüpft na ich muss hier jetzt hier nur wieder raushüpfen das ist das wollte ich sagen nehmen wir die Kohle mit da drüben sehe ich noch wieder Kupfer oder was das da darstellen soll zack so was haben wir da hier unten ist Kupfer das will ich auf jeden Fall haben was ist das Eisen ne das ist auch wieder Eisen Kupfer ist ja noch weiter rechts naja mal gucken was man später noch so mit Eisen machen kann kommen die per dem Dreck meins alles meins so hier haben wir Kupfer da drüben ist wieder Kohle und Eisen oh das ist auch gerade gar nicht wenig was hier rum liegt ich weiß nicht ob das der Arad Planet ist oder warum er hier so dicke Erzvorkommen hat oder woran das liegt oder ob das vom Planetentyp her völlig ja völlig egal ist da ist eine Kiste die will ich natürlich auch haben guck mal was wir da gleich rauskriegen ich hoffe mal irgendwelche Blueprints oder sowas was haben wir hier Kohle Pixel Silber naja ich hätte mir jetzt da Blueprints erhofft da ist noch eine Kiste aber erstmal hier den Baum weg die Kohle weg na das nehmen wir erstmal raus hier wohl den können wir eigentlich auch gleich hier mitnehmen Old Chest das klingt wie ich weiß nicht ein Parfüm für meine Old Chest mal gucken was in der Kiste dort noch drin ist oder in Whisky könnte auch Old Chest sein bau bau bis ihnen bin bau und Vielen Dank.